ihr kennt das mit sicherheit auch auf dem dachboden oder im keller stapeln sich ungenutzte dinge aber die kann man noch wunderbar nutzen beispielsweise habe ich hier aus einem alten schlitten ein cooles regal gezaubert und wie dieses upcycling schritt für schritt funktioniert das zeige ich euch im kommenden video so einfach und schnell kann man einen alten ungenutzten schlitten in ein cooles möbelstück verwandelt dieses holzregal passt perfekt in meine diele und dient als stauraum oder auch einfach nur zur deko auf jeden fall empfange ich mit diesem neuen flurmöbel noch lieber meine gäste so